Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zur dritten Staffel von LOL, der offiziellen Fortsetzung, wo wir keinerlei Rechte dran halten. Wir machen wieder folgendes, wir bringen uns wieder gegenseitig zum Lachen und zwar spielen wir heute um 1000 Euro, nicht küssen, lachen, wir bringen uns zum Lachen. Wir spielen heute um 1000 Euro, wer verliert... Ich hab keine 1000 Euro. Wir spielen heute um 2000 Euro, meine Freunde, wer... Du hast gelacht! Oh mein Gott, Digga, so easyness! Wir spielen auf jeden Fall wieder, wer zuerst lacht, hat verloren, mehrere Runden, hinter dem Vorhang werden Dinge passieren, die eurer wildsten Fantasie... Oh! Wir spielen auf jeden Fall eine wunderschöne Runde, ich suche mir jetzt meine Props raus, Tobi. Das war jetzt eine Tüte, zieh dir die über den Kopf, atme in die Tüte rein, bis gleich. Digga, da ist Müll drin. Okay, baby, baby! Niklas! Ihr habt mir schon so ein paar Sachen hier zusammengesucht, eine Sache, die Tobi extrem witzig findet, ist, wenn alte Leute hinfallen. Deshalb habe ich mir eine Perücke rausgesucht, so eine Krücke, das ist es schon mal, ja? Dazu, meine Freunde, habe ich mir diesen Blaumann hier ausgesucht, weil da vorne ist so eine Leiter und ich will so die Leiter quasi hinstellen und dann, dass ich mit der Leiter so zusammenbreche und Abrambone lege für eine halbe Stunde, bis der Krankenwandel. Ich hoffe, Julius blendt das nicht ein. Ist das lustig? Hm, weiß ich nicht. Ja. Deutschlandflagge. Das ist sehr gut. Oh, 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 oh. Das ist von der Berger, Digga. Sieht das echt aus wie Ronny Berger? Ja, perfekt. Wenn du einen Forts aufladen kannst, lad den auf und mach über das Megafort. Akani. Akani, du bist doch der Akani, oder? Komm mal her, Akani, guck mal, was ich hier für dich hab. Oh, ich hab nichts für dich. Komm, komm hoch. Sitz, sitz. Ich hab nichts für dich. Und jetzt ist nichts. Oh, bist du enttäuscht? Oh. Warte, ich hab's. Okay, warte. Nee, guck mal, Tobi, sonst streckt ihr die Augen aus. Wenn ich das hinhalte und einfach sage, die sind lecker, ist das ein richtig guter Witz. Okay, ich geh noch was auf. Okay, das reicht. Schritt. Dann lass es. Okay, Tobi, komm, mein Problem. Ich? Ja. Okay. Sebastian, Revi hat seine Sachen. Aber Revi muss weggucken. Das ist mit dem Erster. Findest du den Papst wie gut? Werf ich den aber so auf den Boden? Oh, ich hab noch eine Bänger, die du magst. Nee, ne? Pass auf, nein. Pass auf, nein. Ich sag einfach, lach jetzt. Oder ich zünd den Feuerlöscher. Okay. Okay, ich hab ein paar andere. Ich hab ein paar mehr. Da hab ich alle genommen, die du mir wolltest. Nee, oder? Wo ist es denn? Warte, ich brauch eine Sache. Ja, die hätte er wahrscheinlich nicht genommen. Das Beste von allen. Was? Nuss? Ja. Okay. Warte, pass auf. Meine Gags sind einfach. Er sieht nur den Tisch. Und mein... Und dann... Warte, lass die Wurst da rausfallen. Dann mach... Au. Okay, ich hab das. Dann brauch ich noch deine Folgen. Wie viele habt ihr alle fünf? Ja, ja. Ja, Revi, ich stell meine Sachen hier hin. Warte. Ey, Niklas. Ich hab mir noch ein paar andere Sachen da gebunkert. Okay. Sebastian, du hast... Ein Problem hast du. Was? Du willst mich nicht zum Lachen bringen. Ich werd dich aber zum Kommen. Es ist wirklich schwer, mich heute zum Lachen zu bringen, Sebastian. Wenn du das schaffst, dann hast du was geschafft. Was im letzten... Ich eröffne direkt mit einem Banger, okay? Ich werd nicht lachen. Niklas, du musst kurz dahinter kommen. Du musst kurz mitfilmen, wie es dahinter aussieht. Glaub mir. Ich brauch vielleicht doch kurz deine Hilfe. Meine Idee ist heute. Ich möchte diesen Kopf durch mein T-Shirt schlägen. Aber... Comedy funktioniert immer noch. Über Sounds. Drei, zwei, eins. Lach jetzt oder ich mach den einfach auf. Du weißt, dass ich's nicht lachen kann. Du weißt, dass ich's nicht lachen kann. Ich bin so traurig in meinem Leben. Okay. Drei, zwei, eins. Lach jetzt oder ich mach den einfach auf. Du weißt, dass ich's mach. Nee, lach oder ich werd den voll. Ich mach das wirklich. Ich muss nur den Pin hier rausziehen und drücken. Zwing mich nicht dazu. Das ist kein Gag. Das ist einfach eine Erpressung. Digga, ich mein's ernst. Das ist kein Witz jetzt gerade. Ich mein's gerade vollkommen ernst. Nein. Zähl nicht. Vorbei. Digga, ich mach das jetzt aber. Okay, ich bin dran. Ich werd nicht lachen, Sebastian. Oh nein, war das schon lachen? Ja, der Witz ist vorbei. Der Witz ist vorbei. Hallo? Der Witz ist vorbei. Juhu, ich hab's geschafft. Ja, Leute. Wenn ihr bis jetzt schon gelacht habt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr bis jetzt auch nicht gelacht habt, dann lasst du einen Daumen nach oben da. Okay, bist du bereit? Ja. Ich bräuchte auch eine Bluetooth-Box, ich mach's auch so. Das ist eine der rutschigsten Flüssigkeiten, die es auf der Welt gibt. Digger, das war wirklich traurig, Mann. Mann, Digger, meine Gags sind ja wirklich schlecht, Alter. Heute ist es wirklich schlimm, Alter. Mann, ich will einfach, ja. Das ist kacke. Bro, was ist das für eine Glatze? Guck mal, nicht mein Papa, Sebastian. Ja, du bist dran. Wo sind die? Die liegt da unten. Hä, ich bin über 1,70. Ja, okay, den geb ich dir. Das war extrem stark, das war sehr stark. Tobi, nicht in die Richtung gucken, ja? Ja, guck nicht hin. Nicht nach hier. Also ich weiß, dass er die Leiter nimmt, weil die hab ich davor gesehen. Und das ist ja nicht zu überhören. Die steht nicht. Warum hast du die Socken an? Du kannst dich da nicht draufstellen, die fällt um. Digger, die kracht gleich um. Digger, ach so. Ach so, Avatar, wenn er kein Avatar geworden wäre. Okay, dann nicht. Digger, weißt du, was da gefehlt hat? Die Pointe. Okay, seid ihr bereit? Ja. Hä? Kennst du Fortnite? Ja. Die Farmer Holz und Metall. Ja. Nee, hab ich mir auch lustiger vorgestellt. Wollen wir dann einfach... Wir wechseln. Digga, dieses Lama-Kostüm hat richtig Scheiße gemacht. Ich kann nicht, wenn einer zuguckt. Ich bin noch nicht fertig. Mein Finale kommt jetzt. Der größte Witz von allem. Oh, der war... Der war böse. Der war gut. Digga, der war stark. Die muss ich jetzt mal probieren. Die sind bestimmt richtig lecker. Oh, nach was schmecken die, Sebastian? Nach Kartoffeln und Apfel? Nach Kartoffeln und Apfel. Nach Kartoffeln und Apfel. Oh, das ist der kleine Fleisch. Wollen wir heute Abendessen kochen vielleicht ein paar Kartoffeln mit Apfel-Geschmack machen? Okay, Tobi, du kannst leicht ziehen maximal. Ich werde jetzt nicht lachen. Ich hab den Vorhang kurz aufgebohrt. Nein, Spaß. War nicht der Witz. Ich hab noch einen mitten im Witz. Du hast ja auch zwei gebracht. Ich hab noch einen danach. Das ist ein PUBG-Airgrop. Weißt du, wo die immer herkommen? So ein Flugzeug. Nee, oder? Nee, oder? Das war gewollt. Wo ist der Erz noch? Wo kommt das? Okay, das war nicht gewollt. Okay, nächster Witz. Wenn du nicht triffst, musst du mich küssen. Okay, faire Chance. So, das Video aber werden. Ich hab gewonnen. Du holtest mir 2.000 Euro.